Hallo und herzlich willkommen meine lieben Freunde hier zu einem weiteren Teil Transport Fever 2 auf meiner Karte. Ja, ich hatte ja gestern leider keine Folge bringen können, ich habe es zeitlich einfach nicht geschafft. Gerade gestern ein bisschen viel um die Ohren gehabt, aber na gut, dafür gibt es heute jetzt wieder eine Folge. Und ja, eigentlich denke ich auch mal ein ganz spannendes Thema. Wir haben ja hier unsere Stahlindustrie, weil die alles hier noch wirklich sehr, sehr karg aussieht, da muss ich mich dann irgendwann mal beigesetzen. Aber im Moment habe ich dann noch nicht so wirklich die Ideen und mir gefallen auch überhaupt nicht mehr so diese ganzen Vanillagebäude. Ich hoffe ja mal, dass bald noch ein paar neue Bahnhöfe kommen. Gebogene wären halt auch mega cool, ich weiß aber nicht, wie das umsetzbar ist. Mal sehen, was dann da so in der nächsten Zeit noch kommt. Ich hoffe mal auf Großes. So, aber um die Stahlwerke soll es heute gehen. Für die Stahlwerke brauchen wir ja Eisenerz und Kohle. Und wir haben hier auch einen schönen langen Bahnhof. Ich weiß gar nicht, wie lange das ist, unter 400 Meter oder 480 Meter. Notfallverlängerung ist einfach. Hier kriegen wir sicherlich noch einer ran. Ist jetzt meine Idee, dass wir heute eine richtig schöne lange Linie bauen für Eisenerz und Kohle. Die soll dann einmal hier hinten lang führen. Also seht ihr hier übrigens den Schatten? Hier das? Ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Hier sind auch noch irgendwie so zwei Punkte. Ich weiß aber nicht, woher das kommt. Ich sehe ja auch nichts, was hier so in der Luft schwebt. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Es bewegt sich auch nicht, das ist irgendwie immer da. Aber naja, gut, stört nicht. So, dann soll es hier lang gehen. Natürlich jetzt hier auf der Hauptstrecke lang. Jetzt leckt vielleicht gerade noch ein bisschen. Ich habe das Spiel gerade eben erst gestartet. Das ist noch nicht alles geladen. So, dann hier einmal durch den Bahnhof. Hier links entlang. Weil wir haben ja hier zwei Durchfahrtsgleise. Dann soll das hier weiter gehen. Mal gucken, dass wir das dann hier mit den Weichen auch vernünftig geregelt kriegen. So sich dann natürlich hier wieder aufteilen. Und dann soll es hier hinten weiter gehen. Hier hinlang. Und da habe ich schon den Hafen gebaut. Die Hauptstrecke geht natürlich weiter Richtung SB-Kamp. Und wir zweigen dann ab hier Richtung Hafen. Ich habe hier einen Kohlebergwerk hingesetzt. Und ja, weitere Kohle und Erz können wir natürlich dann mit Schiffen gerne anliefern. Ist bestimmt auch ganz cool. So, dann würde ich sagen, bauen wir jetzt erstmal hier die Hauptstrecke weiter. Und ja, dann gucken wir mal. Ich würde sagen, die gibt es hier schon schön am Wasser entlang. Das Reißer-Mapia. So. Hier können wir jetzt auf jeden Fall dann auch wieder schnelle Gleise nehmen. Ich weiß, die anderen Güterzüge und so, die fahren ja nicht so schnell. Ich möchte eigentlich gerne auf mehr kmh gehen. Aber da haben wir die Oberleitung nicht. Das ist halt voll blöd. Und nur 250. Aber wie habe ich das denn auf der anderen Map gemacht? Da habe ich doch auch mehr Geschwindigkeit hingekriegt. Warten wir mal, wenn wir jetzt hier außen, da fahren die Züge eh nicht so schnell. Wenn wir hier außen 200 machen und wir machen jetzt in der Mitte 400. Dann macht er die falschen Oberleitungen. Verstehe ich nicht. Hier, das kann ich alles auswählen. Ab 110 sogar hier die 20er. Das wusste ich gar nicht. So, aber hier oben ist es dann komischerweise doof. Ab 220. Ach nee, die anderen hatte ich das auch nicht. Dann haben wir es noch mal gucken. Oh Gott. Dann bleiben wir bei 250. Und müssen dann einfach mal gucken. Ne, das weg hier. 52 muss ich mal gucken, wo ich einen anderen Mod finde. So. Geht das hier mit 250 weiter. Kann ich hier sowieso noch nicht fahren. Bisschen gerade aus. Dann teilt sich das halt irgendwann auf. Das wird nicht, wie alles, es wird, also keine Angst. Es wird hier nicht alles viergleisig werden bei mir auf der Karte. Aber jetzt hier so im Bereich Hauptbahnhof bietet sich das auf jeden Fall schon an. Und hier werden ja auch einige Züge fahren. Ja. Was ist das? Ja, das passt. Ein bisschen weiter von ab. So. Straße, wenn die stört, kommt die eh weg. Zack. Das war dann hier gleich so ein... Ich würde jetzt mal 400 Meter machen, weil ich noch nicht genau weiß, wie lange der Bahnhof hinten im Kohlewerk ist. Was ist das denn für eine Scheiße hier? Warum geht er da nicht ran? Oh, Spiel, ey. Ich warte sehnlichst auf den nächsten Patch. Da gibt es auch noch so einige Sachen, die mich ein bisschen stören. Aber naja. Was willst du machen, ne? Das ist jetzt hier. Warum geht er da nicht ran? Wo ist das Problem? So, jetzt kann ich natürlich gerade aktuell nicht so viel erzählen. Über Schienen legen jetzt generell ist das ja nicht so spannend, ne? Aber was ich auf jeden Fall noch sagen möchte, ist ein großes Dankeschön, weil was hier gerade so abgeht in den letzten Tagen mit Abonnenten auch, finde ich super klasse. Mein Ziel ist es ja noch, die 1.000 Abonnenten jetzt im nächsten Monat zu schaffen, bis ich wieder aufs Schiff muss. Das wäre auf jeden Fall richtig cool, wenn das klappen würde. 1.000 Abonnenten, das fände ich richtig, richtig gut. Jetzt haben wir 936. Das ist auf jeden Fall machbar. Muss natürlich auch gut abliefern, ist ja klar. So. Ich würde fast hier schon wieder den Berg nutzen, um hier so eine Art Überwerfungsbauwerk zu bauen. Mal gucken. Hier brauchen wir auf jeden Fall... Na doch, das geht. Können wir so abgehen, da brauchen wir jetzt auch keine 250 mehr. Können wir so auf 160 gehen. Hier soll natürlich dann auch irgendwie noch ein... Radtechnisch gesehen, ist das natürlich eine Vollkatastrophe, ne? Müssen wir das jetzt mal gerade angleichen hier. Ich möchte natürlich auch noch ein großes... Ja, sozusagen große Abstell-Rangierfläche haben. So, Platte hinstellen, ist ja auch nicht so schöner. So. Müssen wir hier einmal gerade durchnageln. Müssen wir hier mal gerade großflächig ein-ebenen. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge... Hier hat dem... Ach, oh, locker. Locker, locker, locker. Also heute kriegen wir auf jeden Fall den Zug... Ähm... So eine Abstellfläche. Ähm... 160 natürlich jetzt nicht direkt vom Bahnhof. Aber hier ging jetzt auf einmal eben so 30, ne? Na, auf einmal geht es jetzt nicht mehr mit der Überleitung. Nehmen wir jetzt auf 80. Was natürlich jetzt hier nicht angegeben wird. So. Und ich sehe gerade, dass der Bahnhof nichts hat. Natürlich auch schön. Der Bahnhof keine Überleitung hat. Das kriegt man, glaube ich, so nicht mehr hin, oder? Und dann hat er diese wunderschöne... In Anführungsstrichen... Kack-Oberleitung. Naja, muss man das gleich auch noch umbauen. Ne, wird es natürlich zeitlich dann langsam knapp. Aber wir gucken mal. Ging da schon hin. So. Ich möchte es dann einmal hier wirklich schnurstracks geradeaus gehen haben. So. Durch noch ein Stück. So dann hier auch schönen langen Abstellbereich hinbekommen. Das Stück geht dann natürlich da ran. Und... Du... Ist natürlich dann irgendwie hier in diese Richtung. Mal gucken, ob wir jetzt hier irgendwo von abgehen. Hier haben wir die Weiche in die Richtung. 80 ist natürlich dann doch ein bisschen langsam. Obwohl die Kurve wird wahrscheinlich eh so steil, dass... Dass die langen Züge da eben nicht so schnell durchfahren können. Vor allem die müssen ja immer auf die Geschwindigkeit kommen. Das ist ja... Ähm... Das wird wohl eher sowieso nix. Ähm... 120. So. So. Mal gucken, ob wir hier jetzt rumkommen. Möchte auf jeden Fall nicht, dass er hier... Macht er nicht. Jetzt hat er da zwei so eine Art... Das brauchst du nicht. Du kannst vielleicht auch halt das bisschen größer machen. Da hat er zwar hier so eine Schlucht reingeschlagen, aber das kriegen wir schon irgendwie... ...wieder geregelt. Das geht nicht. Jetzt mal gucken, ab wann es geht. So schon? Okay. Oh, im Tunnel sieht man nix. Wir müssen ja nicht höher, als wir unbedingt müssen. Wie so ein gutes Pferd, das springt auch nicht höher, als es muss. Und dann gehen wir da wieder ran. Das ist doch ideal. Vielleicht noch, dass wir das Tunnelportal eben hinbekommen. Das wäre ganz schön. Wo ist unsere Strecke? Da oben irgendwo. Zack. Da wird das mit dem Terran gleichen, das kriegen wir schon hin. Das verstecken wir nachher. Guck mal, hier haben wir jetzt auf einmal die neuen Steine. Die habe ich gar nicht runtergeladen. Und hier haben wir die alten. Sehr interessant. Naja, gut. Dann müssen wir jetzt einmal den Bahnhof hier ändern. Zack. Marcel, wenn du die Folge hier siehst, dann Dankeschön. Ich habe den TS-Channel nicht gewechselt für euch, liebe Zuschauer. Und normalerweise, wenn einer in meinen TS kommt von uns oder wie auch immer, dann sind da mal sehr vulgäre Sprüche. Aber anscheinend hat er wohl mitgekriegt, dass ich gerade am Aufnehmen bin. Und hat freundlicherweise nichts gesagt. Hat sich einfach nur direkt gemutet. Das ist natürlich sehr, sehr gut. So. Jetzt gleich wird nämlich wieder ein bisschen Anno gezockt, meine Freunde. Wenn euch das interessiert, sagt mir mal Bescheid. Dann mache ich eventuell dazu auch ein paar Let's Plays. Ich habe da schon mal welche zu gemacht. Mittlerweile haben wir aber auch schon über 50 Spielstunden auf der anderen Karte. Dann könnt ihr höchstens spät einsteigen. Aber wenn ihr euch das interessiert, schreibt das einfach mal in die Kommentare. Und dann würde ich dazu auch vielleicht ein, zwei Videos machen. So. Aber wir sind jetzt ja hier in Transport-Feeder. So, das sieht natürlich jetzt alles noch sehr karg aus. Ihr braucht es ja nicht erwähnen. Ihr kennt es ja. So, machen wir hier erstmal eine Kreuzungsmaiche rein. Zack. So, Signale hinsetzen. 13 Minuten. Easy. Leute, schau mal locker. 80. Nein. So. So. Signal ist natürlich jetzt so eine Sache. Wie ich die jetzt am besten setze. Muss man mal gucken. Sie brauchen wir hier im Moment erstmal noch gar keinen. Ich habe hier auch glaube ich noch gar keine Signale. Doch bis dahin habe ich welche. Das werde ich dann einfach am Ausspringen weitermachen. Und jetzt brauche ich da ja noch nichts. Ich brauche aber hier. Jetzt ist aber leck hier. So, ich brauche hier aber jetzt aber Wegpunkte. Zack. Damit ich gleich die Route auswählen kann. Zack. Und zack. So, haben wir da zwei Wegpunkte. Dann würde ich jetzt mal die eine Route erstellen. Die soll heißen. Kohle. Stahlwerk. Zack. Die soll dann von hier. Ich brauche, dass wir den Hafen wählen. Von hier. Über. Na, wo sind sie? Da sind sie. Über. Den Polo Loco. Nehmen wir hier einfach mal ein Signal. Wenn ich es dann kriege. Über das. Hier hinfahren. Kriegpunkte sind nicht miteinander verbunden. Mal gucken. Aber jetzt fährt der Zug hier auf jeden Fall rum. wird. Was er dann jetzt macht. Ne, nicht gleich eins, mein Freund. Gleich drei ist auch schon in Ordnung. Das zurückfahren an sich ist auch richtig. Wo ist denn jetzt hier? ein Problem. Der hat jetzt das falsch angeklickt. Das jetzt rausnehme. Dann kommt er mit dem Wegpunkt sowieso. trotzdem nicht klar. Wenn ich jetzt hier den anderen Wegpunkt nehme. Ja. Aber wir kommen irgendwie hier nicht hin. Warum nicht? Das Problem. Geht hier was? Ist doch alles verbaut. Wir fahren ja auch Züge lang. Was ist das Problem? Warum kommen wir nicht von SP Kamp? Zu dem Wegpunkt. Irgendwie kommt er hier auch von der anderen Seite an. Wir nehmen ja auch mal ein Signal. Jetzt haben wir natürlich gar kein Signal hier. Nach SP Kamp soll er dann bitte zu dem Signal fahren. So. Da hat er irgendein Problem. Hier ist das Problem. Ich sehe es. Hier. Hier geht es nicht weiter geradeaus. Das ändern wir natürlich mal ganz schnell. So wenn ich den Damm nehme. Das geht nicht. Oder den nehmen. So. Jetzt wird das wahrscheinlich mit der Linie auch kein Problem mehr geben. Na. Ja. Richtig. Zack. Das sieht sehr gut aus. Das sieht sehr sehr gut aus. Perfekt. Und der dreht er jetzt da. Das soll er nicht. Kann ruhig hier schön im Kreis fahren. Dann muss man hier auch mal gerade zwei Signale hinsetzen. Einfach mal hier und da. Linie verwalten. Dann soll er erst zu dem Signal noch fahren. Okay. Und dann nimmst du halt Gleis 4. Richtig. Fährst wieder zurück. Das sieht auch sehr schön aus. Fährst hier außen mit. Ich will natürlich jetzt einiges blockieren. Lass mal gucken wie wir das machen. Wenn wir den Weg auch noch auf der High Speed Strecke fahren lassen. Können wir eigentlich. So. Und dann geht das hier wieder rüber. Bis dahin hin. Na perfekt. Läuft. Nehmen wir. So. 18 Minuten. Egal. Machen wir noch fertig. Den Zug. Dann einmal ein Depot. Kurzübergangsweise hierhin klatschen. So. Ich möchte auf jeden Fall. Das wird ja ein langer Zug. Auf jeden Fall brauchen wir eine Doppeltraktion. Ist ja ganz klar. Und. Elektrisch natürlich. Ich würde ja am liebsten ja meine. Meine NIAX nehmen. Die finde ich ja persönlich richtig schön. Aber die haben halt nur 4.000 kW. Warum wird das eigentlich nicht im PS da stehen. Und noch 4.000 kW sind ja 8.000 kW ungefähr. Oder 7.000. Na ich weiß es nicht aus dem Kopf. Wir nehmen zweimal die NIAX. Als meine Lieblingslog. Ist es mein Lieblings. Na man muss. Muss mir gefällt. Nehmen. So haben wir schon mal 38 Meter. Ja. So. Dann machen wir jetzt natürlich Cargo Wagen. Das kann alles keine Kohle. Na super. Der kann Kohle. Dann gibt es nur in dem Farbton. Oh Gott. Den kann ich nicht nehmen. Da fährt er nur 80. Auch da blockieren wir ja alles. Ich stehe da fahren lassen. Ich brauche auf jeden Fall mehr Güterwagen. Dann müssen wir jetzt potenziell leider erstmal den Zug hernehmen. Anders geht es leider nicht. Da wird natürlich jetzt sehr einheitlich. Aber naja. Mal gucken. So 400 Meter. 416. Und immer zweimal. 184 Millionen. Läuft. Und dann schicken wir die mal auf Kohle Stahlwerk. Und dann gucken wir uns den mal an. Meine Mia. Was hat jetzt ein PS? Oder 8400 KW. Läuft. Ich finde die so schön. Weil ich habe die halt wie gesagt. Habe ich schon mal in einigen anderen Videos auch gesagt. Dass ich die auch als Modell habe. Obwohl das Rot geht. Das ist gar nicht so knallig. Das passt schon. Ist okay. So. Mal raten hier den Speed machen. Dass er immer ganz rauskommt. Oh. Das ist schon lang. Der Bahnhof hier ist 480 Meter. Ja. Da ist er. Und schon gibt es Gas. Guck meine Freunde. Jetzt gibt es noch ein paar Fahrbilder. Das brauchen wir uns jetzt nicht angucken. Hänge ich jetzt hinten dran. Wenn es euch gefallen hat. Danke fürs Zusehen. Und dann würde ich sagen. Sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin. Haut rein. Tschüss. Bis dahin. óriahaha Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020